Der Showfaktor, der Startnummer 705, ist wirklich bemerkenswert. Wir stehen auf 1-2 mit den Autos, waren schwierige Bedingungen, aber wir werden sehen, was das Wetter macht. Wir wissen, wir sollen keinen Scheiß bauen und wir wissen auch, was er zu tun hat. Die Jungs vor mir, die können auf jeden Fall im Regen fahren, das haben sie gezeigt, wird sicher auch nicht einfach. Rennen Nummer 7 ist freigegeben und der Angriff auf der linken Seite kommt schon. Da gab es die Berührung zwischen dem Bandfilter Mercedes und Fabian Schiller. Der Mercedes revanchiert sich und schiebt hier den Falken-Porsche von der Strecke. Fabian Schiller beginnt von Pole Position, aber er ist jetzt auf 2. Platz. In dieser zweiten Startgruppe deutlich mehr Disziplin als in Startgruppe 1. Mercedes 1-2. Die Spitze ist im Anflug, also in wenigen Augenblicken wieder zurück. Alles machbar, alles fahrbar, gute Ausgangspositionen, mal schauen, was jetzt passiert. Slick-Reifen auf den Walkenhaus BMW, die gehen also volles Risiko. Nick Ketzberg wird derjenige sein, der einsteckt. Und da kommt bereits der Angriff von Nick Ketzberg, hat aber kurzen Prozess gemacht. Gegen Konter von Eduardo Mottara. Jetzt krallt er sich den umgekehrt wieder. Wir haben die richtige Strategie gehabt. Und dadurch haben wir jetzt eine Vorstellung von knapp 5 Minuten. Ein sehr enges Feld nach neuen Rennen wird abgerechnet. Es ist noch ein langer Weg und es kann nicht immer so viel passieren. Also der Showfaktor, der Startnummer 705, ist wirklich bemerkenswert. Die Falken Motorsports cars switch positions into Tiergarten. Porsche ahead of BMW now. So a good move from Jörg Bergmeister. Da war Kontakt für Schmittmann. Und das ist der Konrad Motorsport car von Axel Jeffries, jumping ahead. Not a lot of code 60s, actually. Not a lot of incidents, especially when you see the conditions are pretty tricky out there. It's just very slippery and very difficult to keep the car on track, actually. We have David in the car now, which is probably the best guy in the Lotus Life, so I'm sure he's gonna go with him. Good job. Drive as fast as possible and be on the podium. The dominance that Dominic Bauman and Fabian Schiller have had across the four hours, they get a worthy win. A Mercedes-AMG that takes victory in VLN7. This might be a drag race to the line at this rate. BMW got back by 19 thousandths of a second. That's the pace the car has, the team has and my teammates have. Untertitelung des ZDF für funk, 2017